Ich t'aime, ich t'aime, ich t'aime Narzissmus ist in, eine Art Modediagnose scheint mir. Jemand hält sich für besonders intelligent oder attraktiv oder leistungsfähig und möchte gerne bewundert werden und mag es nicht, wenn man ihn kritisiert und schwupps ist er aus der Sicht von anderen ein Narziss. Oder, ich weiß gar nicht, ob man das gendert, eine Narzisse. Jedenfalls so ein Charakterurteil ist natürlich sehr praktisch, denn dann bin ich selbst ja aus dem Schneider, die andere Person, die mit dem Narzissmus hat ein Problem und muss sich ändern und sollte eine Therapie machen, ich aber nicht. Menschen, die tatsächlich so eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben, also unter ihrer Persönlichkeit massiv leiden oder andere leiden lassen, sind allerdings recht selten. Schätzungen reichen da von sechs bis unter einem Prozent in der Gesamtbevölkerung, je nachdem, wie man den Begriff operationalisiert. Dass man trotzdem schnell mit der Diagnose Narzissmus bei der Hand ist, liegt daran, dass es auch eine Art Wald- und Wiesenvariante von Narzissmus gibt. Psychologen sprechen dann aber nicht von einer Störung, sondern einem Persönlichkeitsstil. Damit ist eine normale Variante der Persönlichkeit gemeint. Jemand, der zwar mehr oder weniger viele Verhaltensweisen zeigt, die auch ein krankhafter Narziss hat, aber ohne, dass er sich selbst oder anderen deshalb ungewöhnlich große Probleme verursacht. Mich interessiert, wie man testet, ob jemand einen narzisstischen Persönlichkeitsstil hat. Unten in der Videobeschreibung ist ein Link zu einem entsprechenden, sehr weit verbreiteten Online-Test. Narzisstischer Persönlichkeitsstil, kein großer Leidensdruck. Narzisstische Persönlichkeitsstörung, großer Leidensdruck. Zum Beispiel Depressionen, Angstzustände, Schlafstörungen bei sich selber. Oder entsprechende Probleme, die man aufgrund seiner Störung bei anderen verursacht. Etwa beim Partner oder Familienmitgliedern als Chef bei seinen Untergebenen. Man sollte also immer zwischen dem eigentlich ganz gut funktionierenden Wald- und Wiesen-Narzissten und dem Narzissten mit der Persönlichkeitsstörung unterscheiden. Die Übergänge sind da aber schleichend. Das ist ein Kontinuum. Und daher ist die Unterscheidung manchmal gar nicht so einfach. Und was die Sache noch komplizierter macht, ist der Umstand, dass eine offensichtliche Form von Narzissmus existiert, aber auch eine verdeckte Form von Narzissmus. Der offensichtliche Narziss ist extrovertiert. Geht also gerne unter Leute. Der verdeckte Narziss, dagegen ist introvertiert, zieht sich also sozial eher zurück, präsentiert sich als verletzlich, schüchtern, vielleicht auch als besonders achtsam. Man möchte da eher von einer Mimose sprechen, als von einer Narzisse. Im Verborgenen hält sich die narzisstische Mimose, aber wie der extrovertierte Narziss für grandios. Sucht Bewunderung und ist ausgesprochen eifersüchtig auf andere. Grund genug, mal genauer zu fragen, Narzissmus, was ist das eigentlich? Der Begriff Narzissmus geht auf Sigmund Freud zurück. Der bezeichnete damit Menschen mit einer übermäßigen Selbstliebe. Und diese Selbstliebe drückt sich aus, meinte Freud, in einem grandiosen Selbstbild, wo man denkt, man hat einzigartige Fähigkeiten und Eigenschaften. Weil dieses grandiose Selbstbild aber unrealistisch ist, ist es fragil, also zerbrechlich und muss mit großem Aufwand gegenüber Bedrohungen der Außenwelt verteidigt werden. Außerdem sind Narzissen laut Freud unfähig zu langfristigen Liebesbeziehungen, weil sie lieben im Kern ja nur sich selber. Nun, es freut schon lange Tod, aber aus Sicht auch der aktuellen Psychologie beschreibt er die Sache recht gut. Im Kern ist auch für die moderne Psychologie ein Narziss jemand mit einem grandiosen Selbstbild, das gegen Bedrohungen verteidigt wird, was zu mehr oder weniger großen Problemen führt. Um das anschaulich zu machen, ein Beispiel aus einem Lehrbuch über die Therapie von Patienten mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, einer NPS. Die wird im Englischen übrigens, Fun Fact, mit NPD abgekürzt. Genau, wie die Partei mit dem gruppennarzisstischen Persönlichkeitsstil. Unser Beispiel für eine NPS ist die 27-jährige Misty. Misty ist medizinisch-technische Assistentin und hatte in der Vergangenheit einige kleinere Erfolge bei der Teilnahme an Schönheitswettbewerben. Und sie träumt davon, eine berühmte Schauspielerin zu werden. Sie kommt in Therapie, weil sie unter einer depressiven Verstimmung leidet und ihre Großmutter sie dazu nach einer Serie von beruflichen und privaten Problemen gedrängt hat. Ihre Probleme sind folgende. Zunächst mal ihr Ex-Freund. Über den beschwert sie sich beim Therapeuten bitter, denn er hat vor kurzem die Beziehung beendet und sie in diesem Zusammenhang als egoistisch bezeichnet und als eine verzogene Göre, was Misty für, Zitat, unglaublich hält, nach allem, was sie für seine Karriere getan hat. Sie hofft, ihn auf Schadensersatz verklagen zu können. Die Trennung war die erste, die nicht von ihr aus ging. Sie hatte schon viele Dates und Beziehungen und bisher war sie es immer, die, Zitat, weiterzog, um jemand Besseren zu finden. Zweites Problem von Misty. Bei der Arbeit hat der Personalleiter ihr vorgeschlagen, sie solle sich mal beraten lassen. Dieser Rat kam, nachdem sie eine lautstarke Auseinandersetzung mit dem Chefchirurgen ihrer Klinik gehabt hatte, weil der ihr Arbeitsverhalten vor Kollegen korrigiert hatte. Drittes Problem. Ihr droht der Verlust des Führerscheins nach einer Reihe von Vergehen im Straßenverkehr. Insbesondere, weil sie vor kurzem mit einem Polizeiauto zusammengestoßen war. Das Polizeiauto parkte auf dem Standstreifen der Autobahn, während sich die Polizisten um einen Verkehrsunfall kümmerten. Der Unfall hatte dann einen Stau verursacht und Misty entschied sich, Zitat, nicht nur da zu sitzen und zu warten, wie die anderen Schafe, sondern ebenfalls den Standstreifen zu benutzen, auf dem dann halt leider das Polizeiauto stand. Misty hat also Probleme im Privatleben, auf der Arbeit und mit dem Gesetz. Anders war das früher. Da wuchs sie nämlich auf in dem Glauben, dass man als, Zitat, hübsches Mädchen schon mal ein bisschen verwöhnt werden könne und dass sie durch ihr Aussehen anderen überlegen sei. Misty beurteilt auch heute noch den Wert von Menschen gemäß einer Hierarchie, die sich aus Unterschieden bezüglich Aussehen, Berühmtheit, und dem Sieg in Konkurrenzsituationen ergibt. Sie will sich entsprechend nur mit Menschen umgeben, die, Zitat, stilsicher sind und mit, Zitat, Gewinnern. Sie selbst investiert viel Zeit und Geld in ihr Aussehen und sie fühlt sich gedemütigt, wenn sie von einem Mann zurückgewiesen wird. Ihr aufwändiger Lebensstil wird teilweise durch ihre Großmutter finanziert, die dafür trotz ihrer Gelenkentzündungen noch als Einzelhandelsverkäuferin arbeitet, um so ihre Enkelin unterstützen zu können. Das macht Großmutter trotz ihrer Arthritis aber glücklich, sagt Misty. Was für ein Herzchen! Wenn man mag und mal gucken kann, wie die eigene, wie soll ich sagen, Menschenkenntnis ist, dann kann man das Video jetzt mal kurz anhalten und sich überlegen, was für auffällige und dann eben wahrscheinlich narzisstische Charaktereigenschaften Misty denn so hat. Misty ist natürlich ein Idealtyp, weil sie wirklich alle typischen Symptome einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung aufweist. Als da wären, bezogen auf sich selbst, ein grandioses, aber fragiles Selbstbild, der Anspruch auf Sonderbehandlung und große emotionale Probleme mit Misserfolgen oder Kritik umzugehen und Eigenschaften bezogen auf andere, also quasi soziale Eigenschaften, der Wunsch bewundert zu werden, ein Mangel an Empathie, eine Tendenz anderer auszunutzen und andere abzuwerten, anzugreifen, oder zu bestrafen, die ihr grandioses Selbstbild gefährden. Und das Ganze führt dann zu größeren Problemen im Privat- und Berufsleben. Schauen wir uns das mal im Einzelnen an. Selbstbild und Selbstwertgefühl von Narzissten sind positiv, aber fragil. sie neigen zu Selbstüberschätzung in Bezug auf ihre Leistung, ihre Intelligenz, ihre Attraktivität. Sie halten sich für jemand Wichtigen, also etwas ganz Besonderes, und zwar nicht in bestimmter Hinsicht, sondern als Mensch an sich. Gott beneidet mich, habe ich mal als Aussage eines NPSlers gelesen. Entsprechend neigen sie zu Fantasien bezüglich ihrer aktuellen und zukünftigen Großartigkeit. Sie stellen sich vor, dass und wie sie beruflich extrem erfolgreich sind, in ihrem Liebesleben die absolut attraktivsten Partner finden, zu den Reichen und Bewunderten gehören. Misty hatten wir schon gehört, beispielsweise träumt von einer Karriere als Schauspielerin. Und wenn Narzissten über Talent verfügen, können sie diese Fantasien teil- und zeitweise auch verwirklichen. Deshalb zeigen Studien, dass es speziell unter Medienstars beispielsweise überdurchschnittlich viele von ihnen gibt. Und die höchsten Werte erzielen dabei Stars in Reality Shows, gefolgt von Komikern, Schauspielern und Musikern. Überdurchschnittlich viele Narzissten gibt es aber auch unter Anwälten, Medizinern, professionellen Sportlern und Politikern. Überhaupt unter hochgradig erfolgreichen Menschen. Das Problem dabei ist aber, weil sonst könnte man sagen, ja prima, dass das grandiose Selbstbild und Selbstwertgefühl bei Narzissten eben sehr labil ist. Es muss ständig bestätigt werden. Und wenn das Bild ernsthaft infrage gestellt wird, bekommen krankhafte Narzissten zum Beispiel Depressionen, Angststörungen oder Schlafprobleme. Das ist im Kern der Unterschied zu einem hohen, aber vergleichsweise gesunden Selbstwertgefühl oder zu Menschen, die einen nur narzisstischen Persönlichkeitsstil haben. Deren Selbstbild ist zwar auch sehr positiv und vielleicht ein bisschen unrealistisch, aber nicht so leicht zu erschüttern und sie reagieren auch auf Kritik und auf Misserfolg nicht mit einem dramatischen Verlust an Selbstwertgefühl. Wer nur einen narzisstischen Persönlichkeitsstil hat, der schluckt bei Misserfolgen seinen Ärger, den er schon hat, halt eher runter und lernt dazu. Neben dem positiven, aber labilen Selbstbild sind Narzissten auch tendenziell risikobereiter als andere Leute. Sie glauben ja, weil sie so besonders sind, dass soziale Regeln, Gesetze, aber auch quasi naturwissenschaftliche Wahrscheinlichkeiten für sie weniger gelten als für ihre bedeutungslosen Mitmenschen. Entsprechend nutzt unsere Misti im Stau eben auch mal den Standstreifen, um endlich vorankommen zu können. Narzissten denken, ich bin besonders, ich komme damit schon irgendwie davon. Und das kann sich auch auf den Umgang mit dem Recht beziehen, aber auch auf Rauchen, Trinken, also viel trinken, sich schlecht ernähren oder Drogen nehmen. Und das ist natürlich nicht so gut. Ebenfalls nicht so gut ist aber auch der Umgang von Narzissten mit anderen, also mit ihrem Sozialverhalten. Bis jetzt ging es ums Selbstbild und wie sie zu sich selber stehen. Jetzt geht es darum, wie sie zu anderen stehen. Andere Menschen sind wichtig als Werkzeuge, die dem Ziel dienen, besonders zu erscheinen. Narzissten verwenden deshalb viel Energie darauf, sich mit anderen zu vergleichen, den Wert anderer zu beurteilen und sie dann entsprechend zu behandeln, je nachdem, ob sie nützlich sind oder nicht nützlich oder vielleicht sogar schädlich. Auffällig sind dabei dann folgende Neigungen, nämlich ein übermäßiges Bedürfnis nach Bewunderung durch andere, ein Mangel an Empathie und die Ausnutzung anderer und eine Neigung zu Rivalität. Auch das jetzt nochmal im Einzelnen. Narzissten sind davon überzeugt, ich muss äußerlich immer erfolgreich sein, um meine Überlegenheit zu beweisen. Das hatten wir als Kernüberzeugung ja schon gehört. Narzissten wollen deshalb sozial bewundert werden und machen auf Fremde deshalb oft zunächst mal einen positiven Eindruck. Sie bemühen sich auch darum und dieser positive Eindruck beruht zum Beispiel auf ihrer Kleidung, ihrem Charme, ihrem vermeintlich selbstsicheren Auftreten und ihrer physischen Attraktivität. Und wenn andere sie bewundern, dann werden diese anderen manchmal auch idealisiert. Zum Beispiel der neue Beziehungspartner. Denn die Bewunderung von Normallos oder gar Verlierern ist natürlich wenig wert. Und um bewundert zu werden, sind Narzissten auch nicht einfach nur charmant im Erstkontakt, sie versuchen teilweise auch dann tatsächlich erfolgreich zu sein. Weshalb es unter sehr erfolgreichen Menschen, wie wir gehört haben, eben auch überdurchschnittlich viele Narzissten gibt. Narzissten können aber auch kindisch oder gar selbst schädigend werden, um Beachtung zu erhalten. Wie sowas aussehen kann, veranschaulicht auf charmante Art Iggy Pop. Wer den nicht kennt, ein bekannter Punk-Rocker aus den 70er und 80ern und ein Kumpel von David Bowie. Iggy war bekannt unter anderem dafür, dass er Stage-Diving machte, also sich von der Bühne in die Zuschauer-Menge schmeißen, die ihn dann mehr oder weniger auffing und auf Händen trug, was Punks halt so machen. Und für uns interessant ist, was er gleich in einer Talkshow dazu sagt, wann und warum er mit diesem Stage-Diving angefangen hat. Der Kern seiner Geschichte ist, spricht halt Englisch, dass das Publikum ihn nicht ausreichend würdigte und dass er sich entschied, sich nicht weiter ignorieren zu lassen. Zumindest die exaltierten Narzissten tun also einiges, um beachtet und bewundert zu werden. Verbunden ist dieses Bemühen um das eigene positive Image leider damit, dass andere Menschen nicht wirklich wahrgenommen werden. Denn der Narziss sieht ja primär sein eigenes Bild, nicht die anderen. Die anderen haben für ihn nur eine dienende Funktion. Misty zum Beispiel kauft sich ihre Prada-Handtaschen vom Geld ihrer Kranken, aber trotzdem für sie arbeitenden Großmutter. Und anstatt sich da irgendwie in sie rein zu versetzen und zu sagen, naja, vielleicht will die auch was anderes machen in der Rente, sagt sie, ach, Großmutter liebt es mich zu verwöhnen, das macht sie glücklich. Offensichtlich nicht sehr empathisch. Und andere sind für Narzissten eben entsprechend mehr so eine Art persönliche Entourage, also ein Gefolge, das Publikum für die Starrolle, die sie selber permanent spielen. Die anderen sind dazu da, mir das Leben leichter zu machen und mich gut aussehen zu lassen. Das ist eben ihre soziale Kernüberzeugung. Was sich in einfachen Situationen zeigt, und zwar durchaus schon im Jugendalter, zum Beispiel bei so Fragen wie Wer bekommt denn den besten Sitz oder das größte Steak oder das bessere Schlafzimmer oder den größeren Teil des Familienbudgets. Narzissten dominieren auch gerne Unterhaltungen durch die Schilderung persönlicher Probleme und Problemchen, wenn sie nicht gerade über ihre Großartigkeit sprechen. Und sie nutzen auch ihre Beziehungspartner aus. Wenn er materiell nicht mehr das bietet, was erwartet wird oder sie nicht mehr so gut aussieht wie früher, dann muss man ihn oder sie halt leider ihrem untergeordneten Schicksal überlassen. Und diese Ausnutzung anderer funktioniert natürlich eher, wenn die Sichtweise, die Gefühle und die Rechte anderer ignoriert statt wahrgenommen und respektiert werden. Eine Gegenseitigkeit von Verpflichtungen ist deshalb nicht das Ding von Narzissten. Denn diese Norm gilt ja nur für Gleichgestellte. Der gute Eindruck, den Narzissten oftmals zunächst mal machen, kippt deshalb bei relativ vielen schnell, wenn man sie näher kennenlernt. Und besonders stark bröckelt der gute erste Eindruck dann, wenn zur Ausnutzung anderer noch eine narzisstische Kränkung hinzukommt. Was damit gemeint, wenn das Publikum zum Beispiel Iggy Pop ignoriert oder nicht so begeistert ist, wie es eigentlich sein sollte. Oder ihr Ex Misty verlässt. Oder ihr Chef sie vor anderen korrigiert. Oder wenn man entlassen wird. Oder wenn jemand anderes die Aufmerksamkeit bekommt, die eigentlich dem Narzissten zusteht. Das sind für Narzissten alles Formen von narzisstischen Kränkungen. Und auf Kritik und potenzielle Konkurrenten kann dann im großen und Ganzen auf dreierlei Weise reagiert werden. Kritiker und Konkurrenten werden abgewertet, angegriffen und bestraft. Abwertung bedeutet den Kritiker als dumm, eifersüchtig, man ist ja selber so toll, oder einen Verlierer anzusehen und deshalb zählt dessen Meinung oder Leistung nichts und kann ignoriert werden. Dann umschifft man sozusagen die drohende narzisstische Kränkung. Narzissten sind deshalb auch sehr aufmerksam, was die Schwächen anderer betrifft oder betreffen könnte. Kritiker und Konkurrenten können aber auch direkt angegriffen werden. Misti etwa schreit eben ihren Chef Chirurgen an, weil der sie öffentlich kritisiert und oft klagen Narzissten auch bei Dritten darüber, wie unfair die Gleichgültigkeit, die Respektlosigkeit, die Kritik anderer an ihnen sei. Und Narzissten neigen auch dazu, die ihnen eine narzisstische Kränkung angetan haben, eben bestrafen zu wollen. Misti etwa hofft, ihren Ex verklagen zu können. In schweren Fällen können solche Bestrafungen auch zu direkten physischen oder sexuellen Übergriffen führen. Diese Dynamik, also zunächst Bewunderung erzeugen zu wollen, dann aber ausbeuterisch, abwerdend, rivalisierend und bestrafen zu werden, ist zum Beispiel für die Entwicklung von Partnerschaften mit Narzissten gut belegt. Während die kurze Anziehung, die der narzisstische Partner verspürt und auch auslöst, eher auf die Tendenz zurückgeht, Bewunderung zu erzielen und zu idealisieren, lassen sich dann die langfristigen Probleme mit ihm eben eher auf seine narzisstische Rivalität zurückführen. So, ich komme zum Schluss, ich hoffe, jetzt ist ein bisschen deutlicher geworden, wie man ganz normale Leute von Leuten unterscheiden kann, die einen narzisstischen Persönlichkeitsstil haben, aber halt nicht psychisch krank sind und eben pathologischen Narzissten. Leicht ist das natürlich aber trotzdem nicht und man sollte, wenn es um was Ernstes geht, natürlich immer Experten zu Rat ziehen. Und man muss bedenken, Narzissmus kommt als Störung häufig auch zusammen mit anderen Problemen vor, ist zum Beispiel schwach bis mittelstark korreliert, also statistisch verknüpft mit der sogenannten dunklen Triade. Also zusammen, also das ist ein Trio aus Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie. Aber das sind Themen für weitere Videos. So, wie immer, wenn es euch gefallen hat, kommentieren, antworte ich gerne drauf, liken oder sogar abonnieren und alles Gute!